Nachdem wir jetzt im Tag des Wassers sind, sprich belepptes Wasser, kann ich von meiner Seite aus nur sagen, wir haben das jetzt 20 Jahre. Bioenergetisch ist das Brot einfach lebendiger, es ist bequemlicher, es bleibt länger frisch. Und was soll ich nach 20 Jahren sagen? Wir danken, dass es es gibt. Und es ist einfach, wenn man bioenergetisch arbeitet, unverzichtbar.